hallo und herzlich willkommen zu einem neuen gameplay heute mal wieder avenge warfare natürlich auf irgendeiner map fragt mich nicht ich habe das spiel so selten am zocken wenn ich das weil momentan nur am gta am start ist meine veranstaltung war ja vorher noch voll am start und jetzt mal wieder was neues dran weiß ich auch letztes jahr versprochen hatte und das aber bleibt so typen war ein junge verreckt doch ja heute mal wieder mit meiner ball 27 oder wie die auch immer genannt wird so heißt hier zumindest und vor der griff wo ich hier angeschossen ich bin wieder voll am start jungs 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 das heißt nicht nur weil ich mw3 und bo2 zacke bist du so doof oder läuft an mir vorbei ja ok jetzt bin ich drauf gegangen also der war schon tot ja aber wenn ich war für schon geiles game das macht richtig fahren hacker mich kann ich sagen sind keine drin einer hat mein arsch gerettet jetzt haben wir die scheiß hacker system hier eingeschaltete guck mal wie der link am kämpfen ist guck dir mal an guck den mal an alter das gibt's nicht wer ist nicht wahr warum tötet der den ich warum ein junge bist du so blind oder hast keine augen im gesicht alter für alle rausgerissen ohne gott leute ihr habt doch augen ihr sieht doch die gegner meine fresse wo ist das problem tut sie abstechen und fertig mein gott wo ist das problem bei euch immer jedes mal in jedem cod sitzen zu blöd um die gegner zu treffen halala halala halal 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 warum sieht die gegner keiner ich verstehe es nicht ach komm herr komm hör auf das campen junge was bist du für ein camper da hinten sitzt ja deine ecke und warte nur bis du angeflogen komme ernsthaft das verstehe ich an manchen leute nicht wie kann man nur so unfair spielen hier ist überhaupt noch leute die fair spielen heutzutage ist dann nicht mehr ertragbar auch kommt schon da sitzen sehen ohne mehr alter das kann nicht sein da hocken sie mit weiß nicht wie vielen leuten in einer ecke ja klar töteten meine leute alle weißt du das sind hier geschirren jungen ich treffe nicht ihr wollt ihr von mir alle also dieses game muss sich jeder besorgen dass es einfach nur macht richtig bock also ich hab schon mal gezockt guck mal wie sie in den letzten ecken hier gerne guckt sie euch mal lernen ich nehme nur schutz hier wie kann man sich denn so töten lassen von jemanden leute was macht ihr alle schlachtet diese typen alle ab alter der da gerade rein liegt da ist gerade am feiern alter wo die anderen alle sterben ja genau so wie ich das sehen schön platt machen alle jetzt habe ich ein technisches problem ohne munition geht gar nichts wie die alle mit schalldämpfer und mit rotpunkt wie sie es zocken alter ernsthaft verarschen da holt er mich da oben runter ist nicht wahr ne ist nicht wahr ich glaube ich spinne war wohl nix das mit x das war wohl nix jung jawohl dankeschön team kollege team kamerad boah guck die mann wie sie da oben am campen sind alter schwede hallo leute junge ist hier draufgegangen ist hier draufgegangen guckt sie euch mal an wie sie hier nur am campen sind alter ich das ist jetzt nicht so camphaft wie bei mw3 ne wie man es ja so schön kennt na da 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 lass meine leute oh gott nein nein oh das ist nicht wahr ne ich kick den affen immer diese scheiß wie auch immer die wir werfen tut keine ahnung ich hab die schon mal genutzt aber schon wieder vergessen Aber irgendwie wollen sie mich verarschen, die Gegner. Irgendwie wollen sie mich verarschen bei Adventure Warfare. Ich komme von allen Ecken und nehme euch gleich. Nein, ich wurde getötet. Nein. Oh, Gelder. Nein, ich will einen Kart töten. Mission gescheitert. Zurückziehen, Sentinel. Ach ja, ach ja. Ja, Leute, das war es schon wieder von mir mit 17 zu 8. Besser kann ich nicht spielen und... Klar, besser geht, aber jetzt mal nicht. Und ja, ich hoffe, euch gefallen bisher die Videos. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da und vielleicht ein Abo da und da. Ja, das war es wieder und bis zum nächsten Mal.